Massencrash auf A4 in Sachsen, Autobahn komplett dicht, 25 Autos beteiligt Berberstorf, Siebenlehn, katastrophaler Massencrash auf der A4 in Sachsen Mehrere Personen wurden verletzt, zwei davon schwer Die Autobahn in Richtung Chemnitz wird noch bis in die Abendstunden gesperrt sein Gegen 15 Uhr und 15 Minuten krachte es auf der A4 in Fahrtrichtung Chemnitz gewaltig Zwischen Berberstorf und Siebenlehn, Landkreis Mittelsachsen, kam es aus noch unbekannter Ursache zum Crash zwischen mehreren Fahrzeugen Ein Polizeisprecher, daran waren nach jetzigem Stand 25 Fahrzeuge beteiligt Polizei und Rettungskräfte aus der gesamten Region eilten zum Katastrophenort Im Einsatz sind auch zwei Rettungshubschrauber Bislang wurden laut Polizei fünf Verletzte festgestellt, davon zwei Schwerverletzte Die Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen Ein Polizeisprecher zu Tag 24, Tote sind uns bisher nicht bekannt, wir hoffen, dass es dabei bleibt Massencrash auf A4 in Sachsen, Autobahn komplett dicht, 25 Autos beteiligt Berberstorf, Siebenlehn, katastrophaler Massencrash auf der A4 in Sachsen Mehrere Personen wurden verletzt, zwei davon schwer Die Autobahn in Richtung Chemnitz wird noch bis in die Abendstunden gesperrt sein Gegen 15 Uhr und 15 Minuten krachte es auf der A4 in Fahrtrichtung Chemnitz gewaltig Zwischen Berberstorf und Siebenlehn, Landkreis Mittelsachsen, kam es aus noch unbekannter Ursache zum Crash zwischen mehreren Fahrzeugen Ein Polizeisprecher, daran waren nach jetzigem Stand 25 Fahrzeuge beteiligt Polizei und Rettungskräfte aus der gesamten Region eilten zum Katastrophenort Im Einsatz sind auch zwei Rettungshubschrauber Bislang wurden laut Polizei fünf Verletzte festgestellt, davon zwei Schwerverletzte Die Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhäuser geflogen Ein Polizeisprecher zu Tag 24, Tote sind uns bisher nicht bekannt, wir hoffen, dass es dabei bleibt und das ist dabei bleibt 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 Vielen Dank.